Herzlich Willkommen Hörbuch zum Handbuch Ehrliches Mitteilen Autor und Sprecher Gopal Norbert Klein Kapitel 5 Praxis Kapitel 5.1 Unsere drei Erlebnisebenen Kontakt, Beziehung und somit eine Beruhigung des autonomen Nervensystems kann nur zustande kommen, wenn wir wirklich etwas von uns sagen und bereit sind, diese Dinge vom Anderen auch zu hören. Wirklich etwas von uns zu sagen bedeutet, dass wir den Inhalt unserer drei inneren Erlebnisebenen kommunizieren. Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen. Es geht nur um diese drei Ebenen, keine Energieräume oder sonstige transpersonale Zustände. Diese drei Ebenen stellen die Grundlage unseres Erlebens hier auf der Erde mit unserem menschlichen Körper dar. Nur darum dreht sich das ganze Spiel. Die wichtigste Ebene ist die Ebene der Gefühle. Um wirklich Dinge präzise austauschen zu können, muss ich genau erkennen, was auf welcher Ebene stattfindet. Meist kommunizieren wir einen unbewussten Mix des Inhaltes von mehreren Ebenen gleichzeitig. Zum Beispiel sagen wir, mir gefällt das, was du machst. Beim ehrlichen Mitteilen jedoch halten wir die Ebenen präzise auseinander. Da ist ein Gefühl von Freude. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass es schön ist, was du machst. Wir benennen also explizit die jeweilige Ebene, deren Inhalt wir mitteilen. In diesem Beispiel Gefühle und Gedanken. Weitere konkrete Beispiele für EM. Ich fühle Wut. Mein Kopf denkt, dass ich hätte besser aufpassen sollen. Ich fühle Trauer. Da ist der Gedanke, dass du mich nicht verstehst. Im Bauch spüre ich Entspannung. In meinem rechten Knie spüre ich einen leichten Schmerz. Da ist der Gedanke, dass wir auf einem guten Weg sind. Da ist ein Gefühl von großer Freude. Auf spielerische Weise können wir das korrekte, ehrliche Mitteilen im Online-Quiz üben. Siehe Kapitel weiterführende Informationen am Ende des Buches. Kapitel 5.2 Sprechen ohne Identifizierung Nun kommen wir zum alles entscheidenden Punkt beim EM. Ich hatte ja am Anfang des Buches geschrieben, dass es sich beim EM um ein Kommunikationsmodell handelt. Das bedeutet, dass es nicht darauf ankommt, was in uns ist, sondern wie wir es kommunizieren. Die saubere Trennung der drei Erlebnis-Ebenen alleine reicht noch nicht für eine transformative Wirkung aus. Um EM in der Tiefe zur Entfaltung zu bringen und um die sofortige Wirkung zu erfahren, müssen wir uns so mitteilen, dass wir selber mit dem, was in uns ist, nicht mehr identifiziert sind. Wir nutzen also eine Art der Kommunikation, die uns vom Erlebnisraum selbst löst. Dadurch bekommen wir Abstand zu unseren eigenen Gefühlen, Gedanken und Körperempfindungen. Dieser Abstand sorgt dafür, dass wir insbesondere von negativen und schwierigen Zuständen nicht mehr so eingenommen werden, sprich nicht mehr so darunter leiden. Und für diejenigen, die zuhören, führt diese Art der Kommunikation dazu, dass sie sich dadurch nicht ausgesaugt oder bedroht fühlen. Das Sprechen ohne Identifikation ist das Gegenteil von Ausagieren. Ein drastisches Beispiel, um es klar zu machen. Statt Du nervst mich, sagen wir zum Beispiel, Da ist ein Gefühl von Wut, mein Kopf denkt, dass du meine Bedürfnisse nicht wahrnimmst. Oder noch drastischer, statt Du Arsch, sagen wir, ich fühle Hass in mir. Spüre einmal den feinen, aber essentiellen Unterschied in der Wirkung, wenn du diese Sätze hörst. Um uns von der Identifikation vom Inhalt der Ebenen zu lösen, setzen wir vor jeden Satz eine Floskel, die Abstand erzeugt. Körper In meinem Körper, in Klammern, Knie, Bauch, etc. spüre ich, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Gefühle Ich fühle mich, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Gedanken Mein Kopf denkt, dass Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dies mag Dir zunächst merkwürdig erscheinen. Wenn Du es jedoch gleich einmal praktisch ausprobierst mit jemandem, der mitmachen möchte, wirst Du sofort die tiefe, ausgleichende Wirkung auf Körper und Psyche spüren. Mit der Zeit geht Dir diese Art zu sprechen in Fleisch und Blut über. Du kannst auch Deine eigene Formulierung nutzen. Wichtig ist nur, dass sie Dich vom Inhalt löst. Zum Beispiel Da ist ein Gefühl von Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Oder Da sind Gedanken an Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wir erschaffen damit nach und nach Bewusstsein für die vierte Ebene. Die Ebene des reinen Gewahrseins, denn in Wirklichkeit sind wir weder unsere Gedanken, noch unsere Gefühle, noch unser Körper, sondern Bewusstsein. Wenn es nicht so wäre, gäbe es nichts, was alle drei Ebenen erfährt und davon berichten könnte. Kapitel 5.3 Ehrliches Mitteilen ist kein Dialog. EM ist kein chaotisches Durcheinander von gegenseitigen Mitteilungen, sondern ein hochgradig strukturierter Prozess, um uns zielsicher am Abwehrsystem vorbei wieder in Kontakt zu bringen. Was heißt es jetzt genau? Dazu schauen wir uns zunächst die in dieser Gesellschaft übliche Form von Austausch an. Es treffen sich zwei oder mehr Menschen, die meist unbewusst in großer innerer Not sind und nun miteinander um Aufmerksamkeit und Macht ringen, in Klammern, oder von vornherein aufgeben und passiv sind. Das ist das, was wir normalerweise als Unterhaltung und Gespräch bezeichnen. Es dient dazu, das Aufsteigen tiefer unverarbeiteter Gefühle, in Klammern Wut, Trauer, im Kontakt zu vermeiden. Es ist ein Energiekrieg, ein Ausagieren der ungelösten, frühkindlichen Überlebenskämpfe. Wie gesagt, das ist meist völlig unbewusst. Der eine fühlt sich danach oberflächlich energetisiert, der andere oder die anderen eher ausgelaugt. Um den Schmerz darüber nicht zu fühlen, dass der echte tiefe Kontakt, den wir eigentlich gesucht haben, wieder nicht stattfindet, nehmen wir manchmal noch Substanzen ein, um die innere Wahrnehmung zu dämpfen. Das nennen wir Leben, Freizeit, Freundschaft oder gar Ehe. Zugegeben, es ist eine drastische Darstellung, aber du kannst für dich selbst prüfen, ob es so ist oder nicht. Was ist jetzt beim ehrlichen Mitteilen anders? Beim EM entkoppeln wir den chaotischen Überlebens- und Konkurrenzkampf dadurch, dass jeder den gleichen vorher festgelegten Zeitraum zum Sprechen erhält. Damit sind zwei Dinge sichergestellt. Erstens, alle kommen dran und haben für die gleiche Zeitspanne die volle Aufmerksamkeit der Gruppe. Zweitens, jeder hat ein gesichertes Gegenüber. Da immer nur einer spricht und die anderen zuhören, steht der Kommunikationskanal für diese Zeit fest. Ich muss also nicht für ein Gegenüber kämpfen, dass endlich mir mal jemand zuhört. Durch diese Aufsplittung in feste Zeitspannen gibt es keinen Konkurrenzkampf mehr. Der erste Teilnehmer spricht zum Beispiel fünf Minuten, die Gruppe hört zu. Danach ist dieser Teilnehmer reguliert, sprich sein innerer Stress ist deutlich weniger geworden und er hat dadurch eine erhöhte Kapazität zuzuhören. Dann folgt der nächste Teilnehmer und die anderen hören zu. Dann der dritte und so weiter. Man könnte es vergleichen mit einem Rettungsboot. Wenn zehn Ertrinkende gleichzeitig um das Boot kämpfen, gehen alle unter. Wenn aber die Gruppe zunächst nur einen ins Boot lässt, der dann dem nächsten hineinhilft und so weiter, werden alle nacheinander gerettet. Viele Menschen realisieren erst, in welcher inneren Not und in welchem Stress sie bisher gelebt haben, wenn sie sich zum ersten Mal in einer Gruppe wirklich tief entspannen können und die innere Stille erfahren. Kapitel 5.4 Wirklich zuhören Ehrliches Mitteilen braucht in jedem Fall immer auch jemanden oder mehrere Menschen, die offen zuhören und zuhören wollen. Jemand teilt sich mit, gibt etwas, jemand anderes hört zu, nimmt etwas an. Energiefluss braucht wie beim Stromfluss zwei Pole und eine Leitung, die die Pole verbindet. Zuhören ist beim EM leicht, da wir uns nicht leeren Geschichten, Angriffen oder sonstigen Abreaktionen aussetzen müssen, sondern tatsächlich etwas vom anderen erfahren, ohne dass sich dieser mit dem Inhalt identifiziert. Durch die Art der Kommunikation beim EM ist das Zuhören nie langweilig oder belastend. Ganz im Gegenteil, auch die Zuhörer fühlen sich gut und verbunden dadurch. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, was in demjenigen gerade los ist, was er mitteilt. Ob es sich um negative oder positive Zustände handelt, ist für die Verbindung durch EM völlig unerheblich. Weder sind negative Zustände dann belastend, noch positive euphorisierend. Durch die spezielle Form der Kommunikation sind alle Beteiligten in einer Art neutralem, erfüllendem Raum. Zuhören ist eine Kunst. Ja, es ist fast ein heiliger, magischer Vorgang. Je bewusster du zuhörst, desto größer ist die Wirkung auf den Sprechenden. Du kannst es unabhängig vom EM einmal ausprobieren, was geschieht, wenn du jemandem total zuhörst. Du wirst feststellen, dass derjenige wie zu sich kommt und ebenfalls bewusster, ruhiger und friedlicher wird. Kapitel 5.5 Grenzen sind wichtig Niemals geht es beim ehrlichen Mitteilen darum, etwas zu sagen, was man nicht möchte oder etwas zu tun, womit man sich unwohl fühlt. EM ist niemals gegen uns und unsere Bedürfnisse. Es hilft uns, alte, trennende Beziehungsmuster zu überwinden, aber das Ganze findet in Übereinstimmung mit uns selbst statt, niemals gegen uns. Statt sich also zu zwingen, ein Gefühl mitzuteilen, was man nicht möchte, zum Beispiel, weil einen das noch zu sehr verunsichert, wäre es nicht im Sinne des EM, sich zu zwingen, das Gefühl mitzuteilen, sondern stattdessen die Grenze selbst mitzuteilen. Mein Kopf denkt gerade, dass ich das Gefühl, was im Moment da ist, nicht mitteilen möchte. Das wäre absolut korrektes EM. Das Kommunizieren unserer Grenzen führt zur Verbindung. Grenzen müssen nicht überwunden werden, um in Kontakt zu kommen. Denn das würde bedeuten, dass wir wieder nicht so sein dürfen, wie wir sind. Kontakt und Verbindung bedeutet, mitteilen dessen, was da ist. Es geht nicht darum, etwas zu tun, etwas zu überwinden, etwas zu erreichen, etwas zu ändern oder irgendwo dran zu kommen. Es ist alles viel einfacher, als sich der Verstand das vorstellt. EM ist Weg und Ziel gleichzeitig. Seine eigenen Grenzen beachten und diese mitzuteilen, bedeutet eine immer feinere Wahrnehmung dessen, was in mir ist und was ich in welchem Setting mitteilen möchte. Je sicherer die Umgebung ist, desto mehr werde ich sagen wollen. Die extremste Form, seine Grenzen zu wahren, wäre zum Beispiel Mein Kopf denkt, dass ich nichts sagen möchte. Oder Mein Kopf denkt, dass ich den anderen nicht zuhören möchte. Dies wäre völlig korrektes, ehrliches Mitteilen. Wenn es um Widerstand geht, könnte es so lauten. Ich fühle Wut und mein Kopf denkt, dass EM doof ist. Auch das wäre völlig korrekt und führt zur Verbindung statt zur Trennung. Denn jemand, der das mitteilen kann, ist ja eingebunden. Er braucht nicht ausagieren durch realen Rückzug oder Angriff. In einer Umgebung, in der wir uns sehr sicher fühlen, wie zum Beispiel in einer Partnerschaft, wollen wir vielleicht alles, was sich in uns bewegt, mitteilen. Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen. Die Lebenspartnerschaft ist in der Regel der sicherste Ort, um EM zu üben, aber auch gleichzeitig der herausforderndste, weil eine große Abhängigkeit auf Gefühlsebene zum Lebenspartner besteht. Kapitel 5.6 Was nicht zum ehrlichen Mitteilen gehört Wünsche, Bedürfnisse und Abneigung Sie sind ein Mix aus Gedanken und verdrängten Gefühlen. Zum Beispiel Ich fühle das Bedürfnis nach einer Umarmung. Ist nicht wirklich EM. Besser wäre Ich fühle mich einsam und traurig. Mein Kopf denkt, dass mir eine Umarmung helfen würde. Auch Ich mag nicht, wie XY guckt ist kein EM. Richtig wäre zum Beispiel Ich fühle Wut und Aggression. Sinneseindrücke Sie gehören nicht zu den drei inneren Ebenen, sondern stellen die Schnittstelle nach außen dar. Zum Beispiel Ich sehe die roten Blumen dort, sie sind schön. Das ist absolut kein EM. Natürlich kann man mitteilen, was durch Sinneseindrücke auf den drei inneren Ebenen ausgelöst wird. Zum Beispiel Ich fühle mich freudig. Mein Kopf denkt, die roten Blumen sind sehr schön. Ungeduld, Langeweile, Widerstand Es handelt sich um Übergangszustände kurz bevor Gefühle aufsteigen. Statt also zu sagen, ich fühle mich ungeduldig oder ich fühle Langeweile, ist es besser zu sagen, ich spüre Stress und Anspannung im Körper. Oder mein Kopf denkt, dass doch jetzt mal was passieren sollte. Oder auch mein Kopf denkt, dass das alles total sinnlos ist hier. Beschreibung äußerer Umstände All das ist kein ehrliches Mitteilen. Ich fühle mich verlassen. Ich fühle mich nicht verstanden. Ich fühle mich nicht wahrgenommen. Ich fühle mich vereinnahmt. Richtig wäre Ich fühle mich traurig. Ich fühle mich wütend. Beziehungsweise was auch immer das Gefühl ist, was wir mit dem äußeren Vorgang oder der Situation in Verbindung bringen. Man kann auch den mentalen Anteil mitteilen. Zum Beispiel In meinem Kopf ist der Gedanke, dass ich verlassen wurde. Oder In meinem Kopf ist der Gedanke, dass ich nicht verstanden werde. Aktivitäten machen tun Alles, was sich auf eigene Aktivitäten oder Aktivitäten von anderen bezieht, ist kein EM. Es gehört im Prinzip zum vorherigen Punkt Beschreibung äußerer Umstände. Zum Beispiel Ich setze mich jetzt erst mal richtig hin. Ist kein EM. Richtig wäre In meinem Kopf ist der Gedanke, dass ich mich jetzt erst mal richtig hinsetze. Stress im Körper und die Idee, irgendetwas machen zu müssen, auf das ehrliche Mitteilen projizieren. Krampfhaft versuchen, sich richtig ehrlich mitzuteilen, statt dies tatsächlich zu tun. EM wäre also In meinem Körper spüre ich Stress, Angst, Anspannung. Mein Kopf denkt, dass ich alles richtig machen muss, sonst darf ich nicht teilnehmen. Unklarheit, Verwirrung, inneres Chaos und Durcheinander All dies gibt es nur im Kopf. Daher kannst du dich in solchen Zuständen zum Beispiel immer so mitteilen. Da ist der Gedanke, dass mein Kopf gerade sehr viel Durcheinander produziert. Ich fühle mich unsicher und danach dich auf etwas im Körper konzentrieren. Zum Beispiel In meinen Füßen spüre ich Wärme. Verwechslung von tatsächlicher Gedankenstille mit dem Gedanken, dass es still sei. Wenn der Verstand wirklich still ist, können wir gar nichts sagen. Wir schweigen. Die Aussage Ich denke gerade nichts oder In meinem Kopf ist es still stellen einen Widerspruch dar und sind kein EM. Richtig wäre zum Beispiel Mein Kopf denkt, dass es keine Gedanken da sind. Flucht in Energieräume Statt Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen mitzuteilen, kann Folgendes passieren. Ich nehme Wut in deiner Aura wahr. Ich sehe, du hast eine hohe Schwingung. Ich spüre mein Prana. All das ist kein EM. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Es ist jedoch nicht hilfreich und verhindert die Transformation. Du kannst zum Beispiel statt Ich spüre mein Prana sagen In meinem Rücken spüre ich ein Kribbeln. Also die physische Entsprechung davon mitteilen. Über andere sprechen oder Fragen stellen. Absolutes No-Go ist etwas über einen anderen Menschen zu sagen oder Fragen zu stellen. Beim EM teilen wir nur mit, was in uns ist. Wir reden nie direkt über andere oder die Außenwelt und stellen keine Fragen. Das Gefühl von Unsicherheit ausagieren und auf das EM projizieren. Zum Beispiel Ich will erst wissen, ob es hier sicher genug ist, bevor ich mich ehrlich mitteile. Ist kein EM. Richtig wäre In meinem Kopf ist der Gedanke, dass es hier nicht sicher genug für mich ist, mich ehrlich mitzuteilen. Kapitel 5.7 Wo man ehrliches Mitteilen üben sollte EM gehört nur in sichere Umgebungen. Wir üben Wir üben EM nicht in Situationen oder mit Menschen, die potenziell gefährlich für uns sind oder real Macht über existenzielle Bereiche unseres Lebens haben, wie zum Beispiel Vermieter, Arbeitgeber oder Behörden. Die sicherste Umgebung ist in der Regel unsere Partnerschaft, da beide maximal an einer Beziehungsvertiefung durch Kommunikation interessiert sind und somit am wenigsten Interesse an Destruktivität in Form von Ausagieren haben. Eine weitere relativ sichere Umgebung sind enge Freunde, Therapien und entsprechende Seminare, die von Profis auf diesem Gebiet geleitet werden. Das in Anführungszeichen Problem dabei ist, wenn wir es nur in diesen Umgebungen praktizieren, wird es die Gesellschaft nicht ändern. Es muss aber zu einem normalen Bestandteil unseres gemeinsamen Lebens werden. Daher ist es gut, ein wenig mehr zu riskieren. Das ehrliche Mitteilen, in die Partei die Basis zu bringen, ist eine solche Erweiterung und birgt ein großes Potenzial zur Transformation unserer Gesellschaft. Es ist kein hochgradig unsicheres Umfeld, aber auch nicht so sicher wie mit engen Freunden, Lebenspartnern und so weiter. Ich erhalte öfter die Frage, kann ich EM auch mit meinen Kindern üben? Oder EM mit meinen Eltern klappt nicht, warum? Ehrliches Mitteilen dient dazu, unsere Bindungskonflikte zu überwinden. Dazu braucht es ein Gegenüber auf gleicher Ebene, kein Machtgefälle durch Rollen, Alter und so weiter. Wer mit seinem Lebenspartner EM geübt hat und alles frei fließen lassen kann, wird glückliche Kinder haben. Diese brauchen direkten Kontakt, kein Erziehungskonzept, keine Methode. EM ist eine Methode, um den verlorenen Erwachsenen zu helfen. Kinder haben keine Probleme, sie kanalisieren nur das, was im Umfeld nicht gelöst ist. Es gibt ebenfalls keinen Grund, zu seinen Eltern zurückzukehren, um da irgendwas heilen zu wollen. Die ganze Welt steht uns offen und wir können uns Menschen suchen, die auch Interesse an echtem Austausch haben. Durch die Eltern ist die Verzerrung in uns ja entstanden, es macht also absolut keinen Sinn, immer wieder dahin zu gehen, sodass es nur noch weiter zementiert wird. Wir brauchen neue Erfahrungen und die erhalten wir mit neuen Menschen. Kapitel 5.8 Fortschritt durch Verfeinerung Wer mit ehrlichem Mitteilen beginnt und sich strikt an die Anleitung hält, wird eine tiefe Transformation erfahren. Diese kann mit starken Emotionen und überwältigenden Erkenntnissen verbunden sein. Es kann dann danach nach einiger Zeit der Eindruck entstehen, dass nichts mehr groß passiert beim EM und man lieber aufhören möchte. Das ist völlig in Ordnung. Wer das Grundleiden seines Lebens überwunden hat, möchte vielleicht erstmal das Leben total und unbehindert durch innere Konflikte genießen. Weiterer Fortschritt bedeutet jedoch, eine größer werdende Bewusstheit zuzulassen. Es geht also beim EM darum, statt auf spektakuläre Erfahrungen zu warten, sich an die Stille und die Verfeinerung der eigenen Wahrnehmung zu gewöhnen. Wenn ich bereit bin, mich auf das einzulassen, was da ist, unabhängig von meinen Vorstellungen, vertieft sich alles immer weiter. Es gibt da kein Ende. Frieden und Stille ist für unser altes Ich unattraktiv, bedeutet jedoch, die eigentliche Erfüllung, die wir suchen. Erfüllung.